So Ah, ich hab mich verkauft Wo? Scheiße, ich hab keine Wäsche Dafür, ob ich die Fuse geht Hallo Du probierst Ich hab auch einen Dropper gehört Ja, ja, da kommt ein Dropper schon raus Sind beide schon einen Spot Ob an? Ja, ja Aua Mann, Robi, 40 Ah Senke Mann Eija Das ist nur, weil ich mich verkauft hab Ich weiß jetzt, ein Dropper eigentlich Mal ein guter 2x7 Double Kills hier Ich glaub, die kommen beide da Oh ja, die sind schon durch Oh Da hat er auch ein Swag7 oder irgendeine MP oder so Boah, verdient Ich hab nur noch 3 HP Oh! Ja, Hörnsegment, hm? Hörnsegment, die kann mir gar nichts leisten, wenn ich fuhre die Utilityят Man hat es schon wieder so umgeschoben in Disconnectionsprobleme. Oh! Nein, warum? 44. Die haben die jetzt aber lange nicht bemerkt. Ah. Aber scheiße. Und mich hat es gerade umgeschoben, als der Typ da im Rapper gekommen ist. Mann, ey. Okay. Let's do it good. Boah. Ich bin voll wies. Ah, hier war ein Mann, ja. 46. Er ist schon durch, er ist schon durch. Er hat trotzdem Gegner getötet, während die er blind gefressen hat. Ah. Warte. Leck der AK. Okay, danke. Move it, move it! Oh, der hat sogar ein neues Schock geschreit. Das war's was anderes. Eine ist da im Eck. Da hat Bombe. Natürlich. André hat 50 HP. 50 HP. 50 HP. Denkt er sich? Boah, ist die Kacke. Und er will? Oho. Big Straits. Boah. 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 Okay. Will ich nicht sagen, gutes Investment, aber ... Ja, ist war ein gutes Investment. Gutes Investment. Beide durften, die haben schnell durchgemüssen, und beide waren hier, bevor sie den Boden berührt haben. Dropping the Bodies in Dropper. Oh, fuck. Sag wieder, total ... Ah, fuck. Einen hab ich noch umgelegt. Andere, weiß ich nicht ob der auch da war. Ich hab noch einen Flashbang und dann war ich tot. Ich hör ihn schon. Haha, ok. Er schleicht, das ist der hintereinander. Letzte Runde, geh. Kauf, was Gott. Ja, mehr kann ich nicht kaufen. Doppelblankgranate, da freuen sie sich. Au, au, au. Wie? Aua. Wie, wie fällt auf der älteste Tricktree? Sollte ich dir in den Füssen schiessen? Ich bin wohl geburned worden, aber nein. Jetzt wird jetzt eine gut investierte Flash bringen. Sehst du wie es ist? Und wo investierst du? Im Dropper. Oh. Da ist ein Fenster, er ist ein Fenster. Aua. Oh, der ist lang. Ja, der ist hinter dir. Ah ja. Warum gehst du zum Fenster um? Ist ja dumm. Er hat die nicht gepickt. Ja, die ist R gebetet. G gebetet. Ja, aber. Oh. Lange ist offen, lange ist offen. Komm, 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 komm. Der hat dann noch Schelle gekriegt. Ich hab's schon. MP. Da ist der Dropper. Der ist Stopper. Der ist Stopper. Gange legen, gange legen. Ich hab nur 13 HP auf mich, man ist nicht mehr viel hoch. Er ist schuldig bei der Tür? Nein, hat man auch schon. Ja, dann versteck die Sekte, wenn er kommt. Oh, ich hab noch einen, hat okay. Schau. Aua. 70 hab ich ihm gebeten. Das ist schön. Ring Around the Rosie haben wir gespielt. Eiii. Er hat ja auch keine Waffe gehabt. Du verstands nicht manchmal. Ja, die Grump-Up, die ich da von dem Typ da gekriegt hab, hätte ich auch ewig auf 100 Kilometer gesehen. Aber die Deagle hätte ja gar nicht gut gemacht. Bussi hat er geschrien. Oh fuck. Warte, soll er Flaschen? Warte, die Flaschen. Ah, der ist, der ist ein Flaschen. Ja, ja. Weiss ich gar nichts. Oh, guck nochmal an ihn. Oh, der ist close. Fuck, der hat er mit 2x7. Er hat seinen eigenen Mate durch den Smoke getötet. Ja, ja. Oh god. Aber er hat, er hat den Scout. Das dreht man immer nicht so. Was? Was? Warte, ich zeige deinen Step halt nicht so. Haha, ich hab mir grad gedacht, da ist ein Spalt. Ah fuck it. Ja, ja. Ja, ja. So ein Esel. Was du hier? Oh, der ist von mir in der Flash getroffen worden. Ja, mit dem Drop was ich. Er ist gerade bei der Tür hin. Wo? Hat die Flash? Ah fuck, er schaut da rein. Oh fuck, fuck, fuck. Aua. Oh. 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 Wir haben schon wieder 2x7. Ja, ich weiss, dass ich nicht in den Dropper gehe. Warte, Lecker. Okay. Wie lange? Diegel gerade im Moment. Ja, okay. Das heisst, ich molle ihn einmal im Dropper. Warte, ich mach dir nochmal einen guten Flash. Achtung. Er ist close. Ah fuck. Er ist hinter dir, hinter dir, hinter dir. Was? Was? Ah fuck it. Wie hätte er jetzt schon pushen können, wenn ich ihm den Dropper gemollet habe? Du mollest nicht so, der kann da easy raufhupfen. Aha, mein Schocker macht nur 73, der kommt hinter dir. Er ist hinter dir. Oder wieder in den Dropper. Was hast du für eine Waffe gehabt? Äh, Ohrschockern. Okay. Mal die Stelle beruhigen da. Naja, wir ziehen die Bombe, weiss. Ah ja. Hm. Kann ich mir schon einsagen, oder OHP und... ...gegner mit Schotting. Mach einfach Run and Gun und hoff, dass du ihn triffst. Ja. Trifft er mir garantiert. Okay, oder AK. Wo immer. Von mir. Ich hab gedacht. Du hast schon eine Schottigkeit. Also, ich hoffe jetzt was Gescheids und dann runnen wir den da runter. Ah, fuck. Brennt. Ab. Schön. Jetzt müssen wir aber zusammengehen. Der muss Plateau sein. Äh, ich bin Fullflash, der ist Plateau irgendwo. Ich bin Fullflash. Das ist schön. Ents, 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 und den Upperberg, und den Upperberg. Ich bin Fullflash. Ich war natürlich nicht so. Schnell, komm, komm, los geht's! Komm, komm, los geht's! Throw in fire! Find her in the flashbank! Isch close? Grenade out! Wir sind beide close. Es gibt's doch nicht! Ja, es sind beide close. Oh, der hat wieder Schotti. Ah, fuck. Schlecht. Muss man dringend aufs Kloschern. 100% Kopfschussquote, aha. Schlecht. 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 Schlecht.